Mama, was machen wir heute? Heute machen wir einen Ausflug in den Stadtpark Norderstedt. Fürs leibliche Wohl ist hier auch gesorgt und die Parkplätze sind kostenfrei. Toiletten befinden sich im Eingangsbereich und auch in der Nähe vom Minigolfplatz. Der Stadtpark ist recht weitläufig, sodass man einiges an Strecke zurücklegen kann. Er bezaubert nicht nur mit bunten Pflanzen, sondern es gibt hier auch viel zu entdecken. Wie zum Beispiel tolle Spielplätze, drei Riesenschaukeln, Wasserskifahren, Minigolf, ein Kleinbauernhof, ein Trainingsgelände mit vielen Fitnessgeräten und einem Buchseilgarten. Zudem wird regelmäßig ein umfangreiches Programm an Veranstaltungen geboten. Bühnenshows, Stadt- und Kinderfeste finden im Sommer des Öfteren statt. Der Park ist insgesamt sehr sauber und es gibt ausreichend Sitzplätze zum Verweilen. Mit etwas Glück findet ihr vielleicht auch ein oder zwei vierblecktrige Kleeblätter. Es gibt auch viele Spazierwege im Stadtpark. Beliebt ist auch der See. Spaziert einfach drum herum, dann kommt ihr auch an den Riesenschaukeln vorbei. Oder schaut einfach den Wasserskifahrern zu. Langweilig wird es hier nie. Kommt doch auch mal hierher und vergesst den Picknickkorb nicht. Gas. Ausdruck. Untertitelung des ZDF für funk, 2017